Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mal mit den lieben Mika. Hallo Mika, wie geht es dir? Moin, moin, mir geht es gut und dir? Mir geht es auch gut. Wir spielen heute ein 16 Skywars R119. Genau. Und werden auseinander genommen. Ein Kiss St. Daphne Skywars. Aber ich habe nicht gesehen, wie es sonst sonst. Gibt es jemanden kommen? Nein, die Secret-Fault-Effekte macht schade. Okay, warte. Ich bin hier jemand. Ah! Gerne. You are not in my team. Digga, was ist das? Bruh? Hä? Wir sind in der Party, sind im selben Spiel, aber nicht in derselben Team. Junge. Hä? Ach, egal. Müssen wir jetzt mit leben. Ist nicht schön, aber egal. So. Ey, ich habe so viele Hosen. So viele Schwerter. Aber ich habe keine Schuhe. Ich habe keine Hosen. Junge, ich habe drei Hosen. Das macht er für einen Bridge. Wer ist das? Slow Bridge. I see you. Ich mache Scaffolding Bridge. Also mit Scaffold. Ah! Ich nehme dich jetzt auseinander. Das ist so asozial. Ich habe noch nicht mal ein Schild. Das ist so asozial. Ich weiß. Du bist asozial. Nein. Ich nicht. Ich muss gegen jemanden, der kein Schild hat. Mein Gott. Was macht er? Er haut einfach ab. Weiß ich nicht. Er macht gar nichts. Jo. Dieser. Dein Teammate. Ist einfach. Er besser. der Abhauer. Ach kacke. Es gibt einen in der Runde, der heißt Deutscher Panzer. Ja, mit dem kenne ich gerade. Einfach Deutscher Panzer. Sogar zwei. Brüder. Man kennt viele, die hier in einem Blog spielen. Deutscher Panzer. Ach Mist. Ja, ich habe ihn rumgeguckt. Unter getrappt. Nein. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Sag nicht, er hatte Toten. Nein. Hier. Hier. Hier heißt jemand. Arthanas. No. Arthanas. 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 Was ist sein Ziel? Was ist sein Ziel? Ah! Was? We- Oh mein Gott! Ich bin dead! Ah! Scheibenkleister. Also. Wo? Lass ihn! Lass mich! Oh! Der eine heißt... Bam! Wann ich wollte den Kritiker nicht gehen? Ach, bitte lass mich! Ah! Ich bin fast dead! Dicker! Mein Gott! Bitte! Let me! Please! 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 Mein Gott! Das war so knapp! Wissen! So viele Spiele! So viele Spiele! Was ist das für ne dumme, für was dummes? Was denn? Man kann nur 30... Man kann nur jeden 30. Tag seinen Namen ändern! Ich weiß! Aber das jetzste Mal, wo ich meinen Namen geändert habe, war am 14.02. dieses Jahr! Und es sagt, ich kann es erst in zwei Tagen wieder machen! Ja! Ich bin fast down! Mann! Warte! Warte! Ich muss mir... Warte! Ich muss jetzt... Big Brain! Ah! Warte! Warte! Ich muss mir... So! So? 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 Big Brain! nein einfach ich habe mich noch erzählt und hier wird nur noch drei spieler Oh mein Gott, wie lange bist du denn noch krank? Junge, ich... Ich bin noch vier Jahre krank gefühlt. Ist so. Es gibt keine zwei Leute, die mehr in die in einem Team sind. Es gibt einmal diesen deutschen Panzer. Der andere hat... Oh mein Gott, der ist aber schlecht, der ist schlecht. Oh mein Gott, ich gewinne gleich die Runde. Wo ist er? Wo ist er? Er geht jetzt wieder ins Zirkushaus rein. Okay. Oh mein Gott, was macht er? Wer ist er? Er kann dann erst aktiv werden. Nein, 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 nein! Ach, egal. Ja, wie unfair auch. Kannst du eine neue Rolle machen. 30 Coins, wenn man in GG schreibt. Hm. Ich muss auf jeden Fall gucken. In meiner Woche. Wieso? What are you doing? I am doing 30 things. Ah. Ah, jetzt ruft mich jemand an über Discord. Ich kacke. Ich muss aber abnehmen. Hey, gib mir doch bitte ein bisschen von deinem Haus. Nur ein bisschen. Scheiße. Gott! Ah! Bitte, bitte beschütz mich. Was will er jetzt, hä? Was will er? Was willst du? Äh, ich muss nicht. Noch. 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 Nicht Noch. Ah! Cristiano Ronaldo, komm. Cristiano Ronaldo, komm. Sui. Sui. Komm. 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 Komm jetzt. Gabo die. Mein Gott, was macht der? Der soll mich verlassen? Hä? Wo bist du? Du lebst nicht mehr. Oh mein Gott. Was? Hallo? Hallo Pablo. Ge-Pla-Plo. Ge-Pla-Plo. Ge-Pla-Plo! Ich habe halt das OP-Kit, das brauche ich nicht. Ich brauche solche Sachen nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Kit heißt, aber es ist okay. Du bekommst ein Schild, ne du, guck mal, guck dir mein Stuff an. Junge! Ah, du brauchst noch Schuhe. Hier sind Schuhe. Oh mein Gott! I have auch no blocks. Perfektes Englisch. Ich rück perfektes Englisch. Man! Wir haben den Kaktus. Wir haben keine Blöcke, was sollen wir denn jetzt tun? Äh, in die Mitte gehen? Das geht doch. Warte, warte, warte. Hier. Das geht's denn nicht. Bam! Okay, jetzt kommen wir hier einfach hin. Da wurde schon gelootet. Ich mach' die Beta, ich mach' den, ich mach' den Besten. What are you doing? Ich hab' die Pizza. Ich hab' die Pizza. Mann, das wird schon alles... Man, das wird schon alles... Woha, gefühlt die halbe Map wohl schon gelootet. Weil Pizza sind okay, wenn man's schafft. Äh... Suppen sind der... Wenn ich sag'... Mann! Was soll jetzt zu mir kommen? Bitte, wir müssen den da vorne besiegen. Mann, geht doch auch noch beide auf mich! Genau beide! Mein Gott, ich mach' tausend Kumus! Ah! Mach' du schon wieder den? Mein Gott! Ja, ja! Ich hab' ein paar Blöcke. Mann! Ich hab's doch gesagt! Ach, Digga... Ey! Soll ich dir sagen, was wir jetzt machen? Was? Wir sind jetzt so richtig ehrenlos. Was? Wie dann? Wir gucken, dass jemand kommt. Also, wir bauen ne Trap. Mhm. Gucken, ob die... Weil ich hab' das Switcher-Kit. Wenn jemand kommt, kann ich das auf ihn werfen. Und dann ist... Und dann... Zum Beispiel, ich kann auch runterspringen. Mein Schneeball auf ihn werfen. Und dann tauschen wir Positionen. Mhm. Das ist... Das ist sehr fies. Ich hab' das Ninja-Kit. Das kann man eigentlich auch so machen. Mit dem Ninja-Kit. Da kann sich hinter anderen Leuten platzieren. Äh... Das ist... Das ist eigentlich... Sehr... Stark. Ja. So. Das... Das... Das Nervige ist... Man hat guten Stuff. Aber man hat keine Test-Plates. Gibt's noch eine Test-Plate? Gibt's noch eine Test-Plate? Oh... Gut. Äh... Nicht! Nicht mich switchen. Ich will nicht du sein. Ich will nicht du sein. Ich sah ja nur noch sieht, I wanna pinch you. Watch you wanna pinch you. Ich sollte beheben. Hier regt euch in den Kommentaren drüber auf, dass ich... dass ich... dass ich... nur Pulcher... ich hab keinen Bock hier runter zu klein ich hab fast wahrscheinlich gemeißelt nee fast fast nein fast bist du nicht fast bist du nicht gleich fest runter oh mein Gott oh das ist OP Stuff da ist OP Stuff drin ich hab ne Neverworld Arkt krass erst noch in den inneren Kreis einer heißt einfach der wahre Gigachats wirklich? ja äh der wahre Gigachats lol ich glaub er sich mehr annähert natürlich hier wird schon alles gelootet ey alles was oder wollt ihr mich aber ganz schnell ich muss ganz schnell weg helb 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 nein der wahre Gigachat ist bei mir der wahre Gigachat hilf mir hilf mir wer ja wer soll dir helfen mann du wer sind sonst du bist nicht ich bin rot ey 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 ich geh nicht ich geh nicht weil weil ich runtergekrieg wurde und dann und dann und dann und dann und dann und dann ich geh nicht ich geh nicht ich ich komme irgendwie nicht drauf mach noch ne neuer ich ja du bin ich bin für manche jörte komisch ich hab ne weiße maus die weiße jörte ist so aber es sieht geil aus Junge also die rocket control erst noch deine rocket control schwarz in schwarz leuchtet schwarz leuchtet die indem du das Licht ausmachst ja ich weiß naja auf jeden Fall das ist hier keine Werbung ich würde sagen wir machen noch diese Runde dann würde ich auch schon wieder das Video beenden weil sonst wird es einfach wieder zu lange dauern da ist Nika 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 Hashtag rocket beste Marke aber keine Werbung ja genau der wahren giga chat bist du genau genau stell dir mal vor so ein kumpel nennt sich der wahren giga chat und da macht er so cam an und dann sieht man einfach das giga chat genau lol no no normen normaler es ist normen mach keine Sorgen was ja normen normen hat echt keine Sorgen nope ich würde sagen normen normen wenn du das hier siehst du hast ne entspannt du bist entspannt du hast ne entspannt Stimme deswegen hast du keine Sorgen dann dann beendest du einfach die Aufnahme und machst du noch ne Aufnahme an und hast du zwei Aufnahmen mit mir schon hm das könnte ich eigentlich machen deswegen machst du das nicht weil es nur für giga chats ist genau nur für giga chats Achtung nur für giga chats nur für giga chats nur für giga chats geeignet nur für giga chats geeignet was wollen die denn stell dir vor am einfach von dem video kommt so aus Achtung nur für giga chats geeignet Achtung oh bitte stegi lass uns doch nicht oh mein gott ich gib mir bitte Rüstung bitte bitte gib mir Rüstung ich hab selbst keine Rüstung genau du hast du hast dir teilen und ich hab du bist du erster runtergefallen ne ne bin ich nicht ich hebe noch ne wo bist du egal du schieb mich ab ja ey ich kanns schaffen ich kanns schaffen zu überhebeln warte warte wenn ich wenn ich mal gut bin ja was ist mit dir los ich hab dir Wasser runtergelassen ich hab eh schon die OP-Taktik gemacht mit Wasser egal aber ich hab sie trotzdem ich hab trotzdem gemacht gemacht wollen das nerviger ist sie den Zutz ja moin die gehen einfach weg ja moin ja moin Ski hast du Böcke? ja ich auch nicht erst mal ich stell dir mal vor so wo ich so nach der Runde also ich so nach nach der Schule einfach so gehe einfach so wobei der Schule so läuft nach hause dann sehe ich einfach so darf dann sehe ich dich einfach so da gibt die erst mal keine ahnung ich sitze hier fest ich höre was ich glaube es sind zombies ich würde ganz die ganze zeit geräusche werden immer schlimmer habe kein essen mehr meine wasser ein wasser geht mir zu langsam geht mir langsam zu neigen sonst kommt immer näher ich sterbe ein zombie hat mich erwischt ich stehe einfach bestes buch was are you doing mean i am doing nothing what i only admit i see you i have a lot risk was hier ich hab nur was du nicht den steine und du nicht die karl steine aber du mein gott ja okay guck dir an was ich kann ich guck noch eben wenn du gestorben das sind wer damit was ich so nicht so gerade bei dir richtig nah ans gesicht ein guck mal guck mal einfach so mal ja nein du musst nicht nach unten gucken sondern mal einfach gerade gucken guck mal einfach gerade so einfach genau in diese richtung jetzt mich schon bis spielst du einen kleines ja ich spiel in minecraft klein keinen luna klein keinen badline klein keinen feber klein keinen lebbimod ich spiel den opfer klein okay jetzt stellt sich alles heraus jetzt verstehe ich endlich und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal jetzt start schnell wieder aufnahme ich mache mal Vielen Dank.